Halli, hallo und ein wunderschönes Willkommen zurück bei einer weiteren Runde Prominence Poker. Ja, mit dabei wieder immer noch, besser gesagt, der Unity, der Darky Breeze, der Manson und der Pädobär. Und ich, ähm, ja. Boom hat's gemacht! Boom, Feuerball, Junge! Boom, Feuerball, Bongo! Wenn sich jemand, ne, ich stell mir grad vor, ich geh, äh, ich, 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 ich klicke ein bisschen über YouTube, ne, und finde, und finde die, und finde die dritte Folge jetzt davon, ist ja jetzt die dritte Folge, ne. Boom, Feuerball, Junge! Und der fängt so an! So, Feuerball, Junge! Nein, eben nicht, genau auf solchen Folgen, ganz ehrlich muss ich selber sagen, genau auf solchen Folgen bleib ich. Ja, meinst du? Ja, voll. Ja, okay. Ähm, ja, wir suchen grad, wir suchen grad die Lobby, Lobby suchen, Lobby suchen, Lobby suchen, Lobby. Wir brauchen erstmal ne Location. Warum 100? Warum 100 bei ihm? Ich hab's gefunden! Weil, weil ich vorhin 1000 irgendwas, äh, 3000 irgendwas verloren hab schon. Siehst du das, Junge? So, wir sind hier an einem, äh, runden Tisch, wir gucken uns dann gleich wieder ne Runde um. Oh, ich darf mal neben jemanden sitzen. Hä? Wieso hab ich jetzt Karten über meinem Kopf? Hä? Was denn über, höh? Hä? Ach ja! Ach, ja, haben wir mal ausgeloessen. Ach, du. Ach, du, ach, бат. Ich seh jetzt einfach eure Karten, du wär auch nicht schlecht. Boah, Alter, voll die Rohrkorn auf mir, wa? Der Hack funktioniert ja! Sche... Da hab ich mich auch. So jetzt zucke ich mal richtig. So jetzt wird mal richtig... Alter heil doch noch auf du Drecksau Mann! Das ist ein Tyk! So bei was sind wir jetzt hier? Alter habt ihr gezoffen oder was? Ich weiß doch ohne was die hier schon wieder treiben. Was ist denn hier bei euch los? Also ich kann euch mal eben vorstellen, das hier drüben, der blonde Sönling, das ist der Hashtagger, hier kommt der Pädobär, hier kommt der Manson, hier bin ich und hier ist der Knusperkopp, der mit den dezent grünen Haaren. Ja, und mit dem übelst geilen Hawaii-Hemd. Ja, ich hab ein rotes, ja. Du machst nur ein, wenn du hast. Bist du den Wahnsinn? Komm, wir gehen gleich auf All-In her. Die gehen All-In? Ihr habt doch so einen Schatten, oder? Was ist denn bei euch los? Wisst ihr, was ich dazu sage? Pew, 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 pew. Ey, soll ich dir was sagen, da tanzt ich nur runter. Daki, ich hab was mit dir zu klären, guck mal. Nein. Ich mach dich so lange, geil. Ey, cool, man kriegt da neue Sachen, das ist ja geil. Echt? Also zumindest das Käthe-Durchschneiden, das konnte ich jetzt, das konnte ich wohl noch nie. Aber weißt du was, ich bring euch alle um. Ja, genau, ich hab schon was gemacht. Fuck. Was ist denn, Achtung, schau mal zu mir, Knusper? Warte. Oh, geht grad. Pew Bear. Ja, ich hab's voll abgelost. Ey, Pedobear und die zwei Bennys spielen miteinander, ne? Ja, ja, guck mal, die stehen, die haben auch bei den Ständer, die sind voll die Synchronsprecher hier, die haben sich grad gleichzeitig bewegt. Das ist ja alles. Du müsst nicht stehen. Nur bei beiden Sitzes. Ja, ich hab's, setz dich auf deine vier Buchstaben. Arsch wird aber mit fünf geschrieben. Ja, komm, komm, komm mal. So, na, call on me. Ja, was mach ich denn mal? Ich mach hier, was ist das denn? Achtung. Äh, Karten, würd ich sagen. Ne, Zaubertrick, wa? Oh, jetzt, warte, warte, warte. Wow. So, jetzt hast du gleich mal, jetzt hast du gleich mal 100 Rangers. Okay, mal, dancing, clean, bad. Das ist Herausforderung, abgeschleudert, fünf Lions spielen, aha. Interesting, interesting. Benny, Benny bei drei wird getanzt, wahr? Was, ihr könntet tanzen schon, oder was? Eins, zwei, oh, jetzt. Ah, geil. Ich kann gar nicht tanzen. Ich kann das, Udi. Wir verlieren die ganze Zeit. Ja, das kann irgendwie sein, ne? Ich kann doch feiern, ne? Ey, Nachmacher. Ja, 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 verrückte Mongol. Was habe ich denn da liegen? Was habe ich denn da liegen? Oh, schön, schön. Guck mal hier unten draufdrücken, was passiert dann? Wer arbeitet? Oh, verrückte Mongol. So, ich gucke mich mal dabei ein bisschen in der Baum hier. Oh, da stehen fett, fett, fett die, fett die, fett die Wodka Flaschen, fett die Wodka Flaschen. Also, wir haben alle mal New Kids geguckt, habe ich so das Gefühl. Gut. Wieso, ganz ehrlich, Mensen, ich lese gerade mal die Titel von euch vor. Unity, also der Hashtagger, hat der Tourist. Dann der liebe Pädobär hat der Tourist. Der Mensen, der elende Stinker. Ich bin die Bazille und der Knusperkopf ist auch der Tourist. Ja, kann man das mittlerweile schon ändern? Ja, das kannst du ändern, klar. Ah, okay, okay. Interessant. Yeah. Hey, alter. Ja, jetzt geht's los, sag ich. Was ist denn da los? Ich spiele jetzt richtig, habe ich gesagt. So, River Fisher, weißte. Ja, Applaus. Ach, nee, winke, winke. Hey, guck mal den Haufen an, den du da vor dir hast. Oh ja, ich hab voll den Haufen auf den Tisch gesetzt, kannst du mal sehen. Man, real life, man. Ja, auch, nein, Quatsch. Auch? Ähm. Ah, schon wieder scheiß, Kahn. Ja, ja, ist klar. Alle raus, alle raus. Weißt du was? Alle raus. Unity, weißt du, was ich dazu sage? Äh? Ich mach dich kaputt. Weißt du, was ich dazu sag? Äh. Äh. Du bist dran, Mongo. Ich weiß, aber ich überlege noch. Du, und voll mein Junge. Ich mach dich rund, wie ein Kantolz. Ja, ich schicke diesen Spruch, Alter. Ja, ich schicke diesen Spruch, Alter. Ja, ha, 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 ha. Du sollst schon draußen im Moped lang fahren? Moped. 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 Komm, Benni, komm, gib, gib alles. Ich vermisse meinen Moped. Was meine Wurst ist. Ich vermisse meinen Moped. Äh, ja, ich check auch. Check, check, one, two, one, two. Was gibt's nicht eigentlich? Whisky Shots. Ja, zahl mal was. Microbeuse. Das ist ja kohle. After Aid. Du hast die... Wow. Long Island. After. Ich hab immer After Aid. Import Bottles. Ja, aber... Ikina Shots. Und was ist das andere? Ach, das After Aid gibt es gar nicht. Dirty. Oh, ich will Dirty Martinis haben, Alter. Dirty. Was machst du denn? Wo kommst du? Weißt du, was ein Dirty Martini ist? Nee. Dirty Martini hingestellt, dann kommst du an. Kannst du trinken. Anal Bleaching, Mann. A girl. Eigentlich... Ah, Glücksspiele sind ja eigentlich ab 18. Das Spiel müsste eigentlich auch ab 18 sein, oder? Nein. Und die raus. Check, one, two, one, two. Mikrofon, check, eins. Guck mal, wie ich das hier so mache. Ah, ne schöne Harley Davidson. Auf Benny Orley. Oh, ne schöne Lackierung hattest du. Das ist kein Harley Davidson. Das ist ne Bosshaus, Mann. Unter Bosshaus muss man es nicht machen. Guck dir mal, das ist ein Doppelmotor. Ja, von mir aus. Doppelmotor. Alter, ihr habt doch einen echten Schatten, Mann. Ich gehe dann, Mann. Das ist ne Bosshaus. Benny, hinter dir. Ist das ne Bosshaus? Benny, hinter dir. Ne fette Spinne, drei Meter groß. Nein, das ist normale Harley. Da ist kein V8 drin. Das ist ein V2 Harley-Motor. Mein Gott. Weil ne, weil ne Bosshaus da ist. Da siehst du es ja. Oh, siehst du, siehst du, siehst du. Hat schon doch recht. Sei doch ruhig. Raus noch, ey. Da ist doch kein V8. Ah, ich hab gewonnen. Das ist ein Vierzylinder, Mann. Ich hab gewonnen. Oh. Hä? Weißt du euch, dass ich noch nicht ein einziges Spiel gewonnen hab? Nicht ein einziges. Aber schaut mal meine Chips an. Da steht Vermeeren drauf, Mann. Alter, da steht er. Hör auf, sonst pupsen die herum. Warte, warte, warte. Hier, Mann. All in, du Affe. Ja, 2,4. Das geht schon. Klaps. Steht denn hier noch so? Was steht denn hier? Auf das Schild kann ich nie so richtig gucken. Ah, seid doch doof. Mann. Könnt mich mal. Ach komm, so schlecht sind jetzt die Karten nicht. Bei mir schon. Also, Kriptenkopf scheine Sonnen, aber meine? Meine sind gut. Texas Hall. Auch von hier die Position. Also, wenn ich gegenüber, also, wenn ich, wenn ich hinter Unity die Kamera hab, dann hör ich die Musik sogar Stereo. Ich hör jetzt grad gar keine Musik. Ja, dieses Ingame, dieses... Ah, du hast deine Musik, glaube ich, ausgestellt, ne? Nö, hab ich nicht, aber... Ich geb alles, hä? Sie doch mal den Bauch ein, Mann. Kann ich nicht. Das ist kein Bauch, das ist ein Feature. Ich geb Bauch. Ja, aber im nächsten Match kann's sein, er wird wieder... Mann. Ich hätte ein Peer gehabt bis jetzt. Wie hat der letztes Mal einer zu mir gesagt, achte mal auf deinen Körper. Und dann sag ich, natürlich mach ich das. Das kostet Kohle, das kostet Zeit, das kostet Geld. Alter. Hau wir's rein hier, komm all in. Ach komm, na, was ist denn jetzt so hier schon wieder? Also hier, jetzt, nee, nee, nee auf den Tisch, bitte. Jetzt, jetzt klatsch ich auf den Tisch hier. Siehst du den? Ich hab dir heute ein Video gezeigt, ich klatsch schon auf den Tisch, bitte. Ach, Mann, ey. Fuck, ist kein Peek mehr dazu gekommen, Mann. Kann ich denn mal aus Zufall gewinnen, echt? Ja, aus Zufall. Ja, echt, ey. Hey, Benni, du kotst nicht so an, ey. Ja, echt, Mann, der hat die ganze Zeit heimlich gespielt, könnt ich wetten, ey. Mann, kein Scheiß, Mann. Hey, ich bin jetzt hier Level 7000, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Der Charakter macht gerade so's nicht in Bewegung. Der hat solche Dicken-Eier, ey. Solche Dinger hat der. Koronis. Was soll, die Dinger schleifen auf dem Boden. Ne, 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 nein, 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 nicht rausgehen. Halt, dann zeigen wir doch mal, was hat die Leute gerade in Kohle. Der, Benni, Stufe 7 ist er. Und hat, äh, steht nicht da, 2, 2 Kohle. 3 Kohle, ja, Stufe 7, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 4, okay. Der Darky Priest hat 0 Kohle, ist Stufe 3. Der Knusperkopf hat 127 Kohle, ist Stufe 3. Möchten Sie wirklich Darky Priest für 2000 Chips wieder auffüllen? Ja. Okay. Echt? Hä? Äh, warte kurz. Nö. Warte mal, wie ging die Reihenfolge noch mal? 19, dann K, dann J? Ne, ne, K ist Bube und J ist, äh, bringt nichts, Junge. Und dann noch die 12 hinterher. Ja. Und dann kommt ein kleiner, ähm, ein gestiefelter Kater und dann kommt noch, äh... Alter, ist das ein scheiß Ernst? Alter, ist das ein scheiß Ernst? Blume ist der All-Joker. Alter, ist der Joker, man. Verarscheid. Ist das der scheiß Ernst, ey. Aber ich muss ja auch weiter sprechen hier. Unity X Grand hat 354 in der Stufe 4 und der Pädobär Stufe 4 183 Kohle. Alter, was ist das so los? Wer ist drin geblieben? Ich krieg' ich auch nicht. Wieso, ich? Ach, weil ich die Dame hab? Ich hab' da, ne, man. Sag jetzt nicht, du hast 4 gehabt. Ich hätte 4 gehabt. Also ich hatte keine 4. Ich hab' mir erstmal eine hinter die Binde, so. Ja, saug dir erstmal ein bisschen Mut an hier. Jo, jo, Mut brauche ich keinen, ich brauchte. Ich könnte nicht trinken, ich will auch was trinken. Ja, dann musst du was zahlen. Na eben, ich hab' ja auch nichts. Oh, natürlich, also bei mir steht, ne, vom Knussprogramm steht nix. Ja, nur, warum hab' ich nichts zu saufen? Was ist denn hier los? Ach, weil ich ja... Du trinkst doch nicht. Ja, weil ich, weil ich ein Algen... Ja, ne, die... Ja, erstens das und zweitens einen alkoholfreien Cooper Libre wollen sie mir auch nicht geben, wahrscheinlich. Du bist ein Algen-der-Trockoholiker jetzt. Die anderen saufen sich ja hin an. Na, weißt du was? Aber das Gute ist, wenn ich da insche bin, der nüchtern bleibt, dann zieh' ich euch am Ende richtig ab. Nee, du bist doch Fahrer, du Affe. Ach so. Das kannst du vergessen. Ich will ne heiße Milch mit Honig, lass aber den Honig und Milch weg. Ich will dann Cola und Rum dazu. Pola? Ich hätte gern einmal L43 Milch. Ach komm, gib mir Karte, gib mir Karte, gib mir Karte. Gib mir Karte, du Affe. Gib mir Karte. Nein. Hä? Was macht er denn jetzt? Jetzt wartet er ewig. Jetzt spiel doch dein Spiel. Du verlierst ja eh. Ich will eine Runde gewinnen. Eine, bitte nur eine. Nö. Wie sieht euch der Timer aus? Ähm, anders. Ja, genau. Ich habe gar nicht gestartet. Ach, kacke. Ach komm, Mann. Was kostet die Welt? Ich nehm die Hälfte. Brot für die Welt, Kuchen für mich, Mann. Ach ja, ach so, ich muss schon wieder klicken. Was? Klicken? Klicken? Was macht ihr hier schon wieder für Sachen? Ich weiß auch nicht mal, was hier los ist. Was ist denn da los auf dem Tisch? Was ist denn da los? Oh, nee, ey. Nee, ey? Nee, ey. Mann, jetzt geht es hier richtig los. Das habe ich auch gerade geklickt, Mann. Und ich weiß, ich werde es rausfliegen. Tschüss. Atze, Mann. Und wenn du gewinnst. Ja, Baby, ich habe was gewonnen. Was? Ja, Baby. Ich bin aber auch noch nie raus. Also von daher, alles gut. Was heißt das? Als ob mir das was bedeuten würde. Du hast gewonnen, alles klar. Alles klar. Mann, einmal hier. Hier gibt's Money. Können wir mal jemanden einen Trink ausgeben hier jetzt, Mann? Ich stehe auf dem trocknen Tisch. Könnt jemand machen. Na hier, der, der so viel Cola hat hier. Der Junge, der könnte ja auch mal. Der Junge. Der Junge. Wieso hast du eigentlich einen größeren Stab, obwohl ich mehr habe? Tja. Ja, weil es hat meine Frau da drauf gemacht. Kommt nicht immer auf die Größe. Nein. Balthasar, ne? Balthasar, Mann. Boah, du hast ja über... Fast, ähm, ja gut. Knappe 50 mehr. Ich überschätze dich nicht dein Leben, hey. Alter, bei dir haben gerade die Augen übelst komisch rausgeguckt, Alter. Ja, Mann. Wie bei so, äh, hier, wie hieß das? Ähm, Mars Attack, Alter. So die Ogen. Alter. Wo denn? Bei der Tante da, wenn die tanzt. Boah, da gucken. Stimmt. Boah, mach das nochmal. Alter. Alter, was ist das? Tanz nochmal, du Affe. Alter, wie bei Mars Attack, Alter. Hey, hier steht der Text. Da hat der Teufel in seiner Hand im Spiel. Ja, toll, das können wir ja alle nur verlieren. Alter, hör mal auf jetzt zu tanzen, das ist voll gruselig. Alter, jetzt mal ernsthaft. Ich will nur ihre Kinder fressen. Ich will auch mein Auge auf euch. Ja, genau. Da gibt es doch den Typen im Internet, diesen schwarzen, der da irgendwie so boom. Was? Achso, ja, der die Ogen so rausdrücken kann. Genau, genau. Sieht so ähnlich aus. Hab ich auch schon mal gesehen. Hey, hör doch mal auf jetzt, Mann. Also du bist gruselig, Junge. Geh weg. Geh weg. Weiche von mir, Dämon. Ja, bring dich halt um. Mit der Höchst gehe ich nicht mit. Affe. Ne, ist so. Ich gehe nicht mit. Nicht? Ne. No. Ich hab dich all in den. Ne, macht keinen Sinn. Also, ne, ich hab gar nichts. Das tut nicht Not, meinst du? Tut nicht. Ja. Check. Hätte klappen können, ne? Eins, zwei. Ich hab doch voll Haus. Ja, eben. Ja, aber alle anderen hatten nichts. Das ist mir doch egal. Das ist ein bisschen smarter Spielzeit. Ich hab doch trotzdem jetzt 250. Elegante Flanke mit dem Außenristen, Mann. Mann, du Außengerüst. Ist schon klar. Nicht Außengerüst, du Affe. Windermulch. So, jetzt funktioniert das nicht mehr, oder? Ja, da kommen wir doch mal. Ja, wieso bekomme ich immer nur so scheiß Karten? Weil der Knusperkopf gegeben hat. Nein. Ne, ich hab nicht. Du hast gegeben, ja. Ja, da gib dir doch mal bessere Karten, Mann. Affe. Kommst du hier hin zum Spiel? Voll beleidigt. Ne, Affe. Affe. Und das Affenbräufe hier. Ich raisee. Raise. Mh. Mh. Zeh, ruhig weiter von der Hände. Jo, mach ich. Was ist denn bei euch da wieder lösen? Was denn? Ne, Hochwasser. Hochwasser. Löp. Oder, Bruch. Ach komm. Ne, jetzt. Ne, ach komm. Müsst ihr nie hören. Check what to, want to. Ich, wie sieht's hier? Ich geh dann mal. Ach, wohin? Mehr Arbeit? Mehr Arbeit? Ey verrückte Monko, komm, setz. Ja, Mann. Tun Feuerball, Junge, Junge. Drei Promille treff ich am besten. Was, mit drei Promille triffst du am besten? Das ist so schön. Nehme zwei. Komm, komm, auf, 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 auf. Auch auswacht. Ja, Baby. So ist das nicht. Ey, ihr seid ja alle doof. Ha, verrückte Junge. Na, na, na. So, das sag ich. Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebe. Ja, Mann. Ich mach dein Original-Affe. Ich mach dein Original-Affe. Alter, jetzt tanzt das schon wieder so merkwürdig. Ich kann gar nicht tanzen. Ne, weil wir wahrscheinlich noch die falsche Stufe haben, weil die sind nämlich alle schon Stufe 4 und wir sind Stufe 3. Aber fürs Tanzen muss ich sagen, super. Super, mach mal ein bisschen Hüftschwung hier. Was denn los? Jetzt kommt noch eine Dame hinterher. Ich geb dir auch eine Stamme. Ja, Mann. Hey, 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 hey. Alter, du hast mal gesehen, du hast heute den Fischblick. Na, du guckst voll in die Mitte. Was? Fischblick? Ich hab überhaupt keinen Fischblick. Ich bin im Mongo. Alter, Mann. Du weißt ja schon, dass ich auch eine Dame ist. Guck mal, der baut Häusle. Ja, ne? Schaffe, schaffe, Häusle baut, wenn ich noch nicht nach den Mädchen schauen. Mann. Wir kommen auf deinem Niveau. Wir sinken. Frückte Mongo. Wie gierig der Tag ich gerade auf den Tisch geguckt hat, Mann. Das kann ich jetzt nicht beeinflussen, ja. Du Gierschle, du. Du Gierschle. Ich bin halt ein Wessi. 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 Wessi oder Wessi? Wessi. Zwei. Zwei ist viel, hä? Andere. Andere, hoffe ich. Blub, 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 blub. Jetzt mal gucken, wo viel haben wir denn? Ich hab 457. Alter, bist ja voll der Abräumer, wa? Ja, ich will auch mal was gewinnen. Check, check. Check. One, two, one, two. Unity. Oh, nur noch 239. Die tanzen ja da drüben. Mensch, die gehen ja voll ab. An der Jukebox. Belli, bist du, äh, bist du draußen, oder was machst du? ich hab zu spät gedrückt, ich muss es aussetzen die Runde ach kommt hast dich regebeifelt ich bin dann mal raus raus das macht keinen Sinn für mich ja ich guck auch mal wie es da ist kampflos voll krampflos 2.3 hat er gewonnen das ist ja also jetzt kann er erstmal shoppen gehen bis hin da ist ein eiskarofen das für ein Wettbewerber hehehe nochmal meine kack zweite Karte jetzt hier – das dauert ewig bei dir oh Tööööön Doppel A hier ein Töööön ich hab ein Vollhaus auf der Hand ach so das macht übrigens keinen Sinn wenn ihr alle im Teamsteak seht meine Karte Naja, egal. Füge. Und! Naja, Lunds mal unter die Kappen. Der Darkie ist dran. Ja, der streckt sich erstmal. Jetzt guckt er nachdenklich zum Unity. Mit einem leichten Flirt. Ich kann das doch nicht regeln, Mensch. Wollte grad kurz aufstehen, hab's mir doch anders überlegt. Oh, der Ballermann. Der Ballermann. Er hat hier zwei ganz coole Baller. Oh, ja, Darkie, sauf der Sven. Was denn? Ja, du hast schon wieder gesoffen. Mann, musst du nicht mal reiten. Beim Darkie nehmen schon wieder das Glas an der Hand fest. Echt? Ich kann bei dir bei dem komischen Handy stimmt die Rechenleistung nicht. Ja, Benni will das alle umbringen. Hörte dich. Ich... Oh, Alter. Gott sei Dank hab ich nicht weiter mitgespielt. Warum? Dumm-di-du-dum-dum-dum-dum. Also, ich hätt' glaube nichts gekriegt hier. Das ist nämlich... Nix, was ich auf der Hand hab. Ja, Baby! Was? Was? Der Typ, Mann. Guck mal, was der für einen Fischblick hat, Mann. Hier, Mann, Fischblick, Mann. Ich bin Fischauge, Mann. Oh, Leute, du hast grad getrunken und dich dann auch geschüttelt, als hätt' du irgendwie einen Schnaps gesoffen. Ja, das kann aber sein. Also, frag mal, Benni, ganz ehrlich. Wenn ich einen Schnaps trinke, dann schüttel ich mich. Ja, dann schüttel ich. Wer weiß, was du dann sonst noch schüttelst, wenn du einen Schnaps trinkst. Danach den Benni, der ihn mir verkauft hat. So... Oh, geht. Also, nochmal für euch. Hier, da sind meine Karten. Ja, in dem Moment hast du auch grad unter die Karten geguckt. Das war schön. Ja, natürlich. Ich muss ja da draufklicken, sonst geht's nicht. Nee, du hast in dem Moment grade auf dem Tisch hier auch unter die Karten geguckt. Weiß ich. Jedes Mal guckst du unter die Karten, wenn du draufklickst. Ach so! Du Waffe! Oh, das ist schön. Manche sind halt ein bisschen langsamer. Ja, ich bin ein bisschen langsamer. Nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Hä? Was? Was war das denn grade? Guck... Guck mal! Guck mal! Ist doch von... Ist doch von... Das machst du schön! Das machst du super! Das machst du schön! Ich vergesse es immer wieder zu... 100! 100! 100! 100 mach ich! 100 mach ich! Ja, komm, all in! Ist nisch! Irgendeiner muss ja rebuyen hier! Wir sind hier bei den Rebuyer! Komm, probieren muss halt, oder? Ja, Mann! Nein, nicht die weg! Nein! Oh, bleib doch da, du Affe! Hier, schön mitmachen! Jawoll! Ja, schau mal! Zur Stelle zurück! Nein! Wo sich Kaninchen selber den Kopf abbeißt! Brauchst du überhaupt nicht! Ich checke mal! Weil ich meine Riane kaputt! Ich glaub wir müssen auch dann äh... Ja, Baby! Ja, Baby! Wenn es mich nicht täuscht! Ja, hahaha! Soo! Du, schön! Na, was ist denn los? Willst du mitspielen? Kannst du gucken? Ich auch, mein Freund! Ich auch! Da hab ich's einfach harte, oder? Da hab ich schon wieder König und Ass auf der Kralle. Blasch! Affe! Scheiße! Nein! Nein! Das war wohl nix, ne? Das war böse. Das war wohl nix. Shit! Da muss ich mich so zusammenreißen als ich gesehen hab, dass ich einen Fünfer hab. Ja, wo soll ich denn das herwissen? Was willst du nicht da zusammenreißen? Ich seh's doch nicht. Ja, ich weiß, aber ich muss mich zusammenreißen, dass ich das nicht verrate und wieder alle rausgehen. Ach komm, alles drauf hier, mein... Also, ich hab jetzt auf meinem Timer 13 Minuten übrigens. Lieber Dagi, ich glaube... Na ja, ich hab den ja viel zu spät angemacht, deswegen. Was machst du denn? Was? 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 Ihr seid da alle blöde, alter! Ja, klar. So, wie sieht es aus? Ich habe noch 207. Mit 100 hab ich angefangen. 633 Hashtag auch du hast'n Vögel. Und jetzt schon mir alle geschenkt. Na, geschenkt nicht kommen. So schlecht war mein Blatt jetzt nicht. Ne, war nicht schlecht. Boah, Alter. Boah, Alter. Ich hab noch 50, was? Ich geh da lieber, raus da! Tschüss! Was ist denn da los? Ja! Ich war mit euch nicht richtig, ja. Hätt' ich schon gehabt. Aber... Dum ki Dim ki Dim ki Dim ki Dim Ou cu dum 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 dum, dum 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 dum! oder alles wenn ich dachte ich muss andere karten ja würde ich sagen danke fürs zusehen meine lieben freunde und bis zur nächsten runde von let's play prominence poker mit allen sagen wir alle gleichzeitig tschüss ich habe sie da alle dreimal hochgeworfen und zwei mal plötzlich aufgefangen bei der geburt oder tschüss und dann du boden